Yo, meine Freunde, Maximum am Start. Ich möchte mich mal kurz melden aus meinem neuen Studio. Schaut euch mein neues Studio an. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich liebe es. Ich bin auch schon fleißig am Machen. Neue Studiomonitore und, und, und. Ich habe mir was gegönnt. Meine Freunde, ich zeige euch mal einen kleinen Einblick in einen neuen Song von mir. Nicht nur von mir, sondern von mir und Limitless. Dieser Song wird Eines Tages heißen. Ich bin gerade am Rekorden, am Mixing. Hört mal kurz rein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Kleiner Einblick hier meinerseits. Eines Tages ein Deckmal auf Stein. Eines Tages nimmt mein Geld auch vorbei. Es ist einer Filler. Jo, das muss genügen fürs Erste. Das muss genügen fürs Erste. Also wie gesagt, wir sind fleißig. Ich bin fleißig. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, und freut euch auf 2019. Wie schon gesagt, 2019 wird groß werden, meine Freunde. Groß werden. In dem Sinne, wir sehen uns. Und vor allem, wir hören uns. Haut rein. Ciao, tschüss.